Schussfunde in der Brust, großer Blutverlust. Blutdruck 60, Puls 150, flattern. Ich habe eine Ringerinfusion angelegt. Kappe den CBC, großes Blutbild mit Gruppe und Kreuztest. Wir brauchen um 6 Einheiten 0, negativ und eine Thorax-Drainage. Polizistin, die Dienstleistung haben. Ich habe eine Bautoräube angeschossen. Blutdruck 90 zu 60, rechtzeitig hypo-resonant. Okay, Blutgruppe und Kreuztest, einmal 0, negativ, eine Thorax-Drainage. Rufen Sie den Chirurg. Können Sie eine Blutspenderin brauchen? Der Durchschuss, oberer rechter Brustbereich, verminderte Atemgeräusche, vermutlich nur ein Bautor. Schnell ein paarbares Röntgengerät, 2 Liter Ringerlöse. Wollen Sie intubieren? Fordern Sie zwei Einheiten 0, negativ an. Blutgruppe und Gegenprobe für drei weitere. Wie sieht die Lebensflug? Sie rufen 90 zu 60, Puls bei 140. Ich habe viel Blut verloren, Beheilung. Uns wurde eine Schießerei gemeldet.